Oder ihr wisst ? Was ich hass, für mixtapes nur auf den D Ich kack' dem смотреть denn ich habe aus Ich kallts hab' die Knacht, der macht use work, yo Neck, P-p-p-p-p-pw Für dein Kassettetek Ey, yo, wir sitzen auf Prohn, wir Master Ace, Incorporated Sind nur mit Decks unterwegs, wie Tony Hawk oder Jean Prostec Tony Talker Rock die Power Cipher Trilogie 150 MCs die ich auf Dauer schleife genießt Sound, nicer release, Teil 1 brachte das Feeling Vor einer Dekade gekauft auf dem letzten Wall Street Feeding, geile Zeit Vitamin B war zwar nicht am Start, dafür chinesisch, er steht ihm für das Aufwickeln vom Panzerlad Grün hinter den Ohren, wie soll dat denn auf die Panzer fahren Oder bei Polizeikontrollern auf dem Bonanzerlad Ich habe kein Ganja da, nur das Tape von Kenny Dope Und das von der Session mit Brall, Benny und THO MC Tennessee vor 10 Jahren legt den wir los, wir packten MCs auf Demos Demos auf MC, ich bin so dankbar dafür, ich wurde groß mit dem Tate Ich bin so dankbar dafür, ich wurde groß mit dem Tate Und weil ich Hass, zum Mixtapes nur auf CD Ich hab' einen Fat-Track im Kassettendeck, wenn ich hab' und I got that neck, not shit, that make you break your neck Oha, oha, für dein Kassettendeck Und weil ich Hass, zum Mixtapes nur auf CD Ich hab' einen Fat-Track im Kassettendeck, wenn ich hab' und I got that neck, not shit, that make you break your neck Oha, oha, für dein Kassettendeck Der Keller mit nem Zeitungscover auf Kassette Ich kannte kein Arsch, aber ich gab voll Kette Auf dem Splash die Tapes vertickert und dann auch im Woutervertrieb 500 Gehasst, so dass Kohle für Vinyl überblieb War ein analoger Klang mit Rauschen vom Band Auf den Partys im Tal gab's die Dinger zur Promo in die Hand Mixtapes um die Stimmung aufm Freiplatz am Brawl I was a little bit taller, ließ die Good Types rollen Hatten fetten Ghetto-Blaster wie im Video von 9 Wollte dann den Song nochmal hören, hieß ich Spulen Rewind Legendär wie Live-Wars mit Beats aus der Pudel Für drei bis fünf dabei, wenn ich mich in Erinnerung suhle Die Tapes überspiel mit dem Doppeldeck Kass vom Homie, vom Momie, war die Quali schnell weg So bekam ich mit 14 die Songs von der 2-Life-Crew Heute hab ich Mr. Mix in meinem Studio und jetzt kommst du mit 14 zu Cu 41 Bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.